Ich war der übelste Haubarm, Junge, ich hab diese Deh, deh, deh Und du hast die ganze Zeit im Kopf Deh, 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 deh Korrekt, da muss nur ein Rapper drauf Der Tobi, Alter Tobi, dein Dein Einsatz, Tobi Mit Baggy-Hosen und langen Bretten, Junge Das sehe ich dir gerade Geil Tobi hatte bestimmt Brühe Baggy-Hosen, oder? Tobi ist tot Okay Ach, da oben, alles klar. Du bist tot, oder was? Ja, voll weit weg. Also voneinander. Echt? Wir haben doch hier bei Lila markiert, oder nicht? Nexo ist komisch, stimmt doch. Hä, was für Lila, Junge? Ihr wisst doch, wo Beach Club ist, oder? Aber Pink war markiert. Wo ist der, wo ist der? Oi, 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 oi. Ich hab ihn noch. Oi, 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 hinter mir. Oh, so ein Arschloch, Junge. Arschloch. Wie eine Schlange. Ich spiel so mit Taktik, weißt du, ich... Ihr seid jetzt alle auf einen Haufen und dich flakieren. Aber auch wieder, auch wieder gut, Junge. Er rennt die Treppe hoch, ich höre nichts. Von oben vom Dach schießt einer runter, ich höre nichts. Möses Spiel. Gut Game, ne? Tobi ist up, down. Wir haben jetzt einen Reichtal, Kosta. Aber... Was, wo bist du denn? Kosta ist schon unten. Kosta, geh mal hier in das... Ach, du wirst von hinten gefickt jetzt gleich. Pass auf, das ist ein... Na, gar nicht, gar nicht für dich. Doch, doch, ne, komm, ne, komm. Ich fick die, Junge, ich fick die, Junge. Alter, Alter. Äh, guck, Kosta. Ja, lass aber woanders hin, oder? Ja, ich bin... Ah, ja, 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 geht woanders hin. Ja, besser ist. Ich probier mich hier durchzuschlagen, ich hab einen gekehlt. So, die kommen, die Wichser. Ich bin bereit. Oh, fuck, fuck. Ah. Na, da unten, oder was? Ey, du bist ja auch bei mir runtergegangen, oder bist du gleich mal noch am Leben? Na, ich bin auch hier irgendwo. Das ist ja wohl. Ich hab keine richtige Waffen, Alter, ey. Ich hör, die sind irgendwo hier draußen. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Alter, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind noch bei Beach Club. Da sind wir tot. Sie sind direkt über mir, ey. Wo ist denn Tobi? Tobi ist grün. Warum sehe ich hier kein grün? Da hinten ist grün. Ah, Tobi ist da hinten beim Feld. Boah, Kosta, da laufen einfach vier Leute draußen bei dir rum, ne? Ja. Ja, wir lassen. Ah, Alter, ey. Von beiden Seiten, echt. Eieieie. Der Support! Die sind alle unten da. Vier Leute sind das. Ich glaube, der Loadout wird gespielt. Ach, scheiße. Das sah so geil aus. Das sah so geil aus. Hehehe. Das war so geil aus. So, was geht ab? Wo sind die? Da hinten. Also von da... Ja, ja, da oben läuft einer. Aber ich habe keine Waffen dafür. Hinter diesem Fernsehturm. Strom machst du oder was auch immer das ist. Hinter uns sind halt noch die vom Beach Club, ne? Ich hätte schon Bock, die von oben, vom Berg aus runter abzuknallen. Also, die sind noch da, meinst du? Stimmt. Wo ist denn? Ich mache mal hier so einen Thron-Turm an. So, was ist denn? Ich bin so gut. So, ich habe hier so einen Thron-Turm. Ich habe hier so einen Thron-Turm gelegt. Ich habe hier so einen Thron-Turm gelegt. So. Ich habe hier so einen Thron-Turm gelegt. Ich bin so tot, ich komme hier nicht weg, weil ich hier zwischen der Gesellschaft halten festhänge. Und sie kommen von überall. Wer ist drin? Tobi ist da drin und ich bin auf dem Weg. Die kommen jetzt bestimmt hier, ne? Ja, 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 ja. Also ich guck, dass ich auf jeden Fall nochmal für mein Lobby gehe. Alter, ich keine Chance. Wir sind in den Ruinen drin, Tobi. Ja. Dreck. Der Lauderd ist weg. Legt mich am Arsch. Dreck. Ach, da oben am Berg. Links war noch so ein Berg. Da war halt auch voll da drin, ne? Da sind sie weitergerannt. Ich brauche eine Waffe. Der Feind hat sein Netzwerk niedergesichert. Es ist vorbei. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Weiter zum Ziel. Die Uhr läuft. Ein Platz in den Top 25. Gut gemacht. Ich brauche mittelkalibrige Munition. Sind sie doch bei dir, ne? Sind sie doch bei dir, next door? Ja, Mann. Bei mir ist Action. Alter, ey. War eine Ruine, ne? Ach, scheiße. Der ist von hinten gekommen. Einen konnte ich töten. Einer knocked, einer tot. Verstärkung ist unterwegs zu dir. Du bist hier, ne? Oh, jo. Oh, oh, du bist hier, ne? Scheiße. Wir sind ja voll die Noobs, Mann. Na ja, wir kommen immer wieder rein. Wo gehen wir denn hin? Wie weit kannst du noch, Tobi? Kannst du irgendwie noch in die Zone rein? Hier irgendwie so? Schaffst du das? Ja, ne? Wieder auf jeden Fall auf, ja. Wieder auf, da runter. Oh, da unten bei dir. Der hat dich schon fast gesehen. Äh. Bist du gelandet? Ja, ne? Ja. Hier ist, glaube ich, nur einer alleine drin, ne? Ja, ja. Na, scheiße. Der hat nichts mehr. Ach, komm, ey. Ist da genau auf dem Berg, ey? Ich war kurz von wiederkommen. Da ist wieder die alte mit dem Arsch. Äh, mit der Hose. Äh, pff. Ja, Mann. Die Arschhose. Einfach die Arschhose, ja, ne? Muss man uns gleich mal, mal genauer anschauen. Ja, Mann. Erst mal ab, wir werden nehmen und mal genauer hingucken. Da bückst du dich mal kurz. Wo lande denn? Da. Da? Ja, erst mal ins Hotel rein, ja, Mann. Da ist immer Ramba Zamba, ne? Ja, ist doch gut. Du hast ernst Hack mitgemacht. Ja, ich seh schon, da hast du Todeshecken. Ich werd beschossen, oh mein Gott. Da, da kommst du gar nicht hin. Alter, da würdest du doch nicht wirklich hin. Ich geh da weg, Alter. Ich, ich geh da hin, Alter. Der geht da hin, ne? Kommt her, ihr Fotzen. Ist doch ein Löwe. Ist doch ein Löwe. So, wie hast du einen, ne? Ja, Mann, ich hab auch einen. So, wie voller Killer hier, ey. Killer, Junge. Alter, komm nicht mal aus meinem Ding hier raus. Hallo. Ich hab jetzt noch Mais gesucht, angenommen für den Extra-Kick. Für den Extra-Kick, echt. Für den Extra-Kick, Junge. Sollen die kommen? Das sind denn hier die guten Waffen. Feindliche Drohne aktiv. Da ist halt, da sind halt welche. Ich hör auch die ganze Zeit Voice-Randänen. Wo ist der Tony? Oh, ich bin am Looten. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Oh. Der Feind setzt deine Konterdrohne ein. Du hast dein Truppmitglied beschützt. Auftrag abgeschlossen. Aha. Oh, jetzt rennen die auf mein Dach. Oh mein Gott, ich bin tot. Scheiße. Ich will das Dach abchecken, meinen Loot holen, rennen fünf Leute auf mich zu. Und die rennen alle beide runter. Alle rennen runter, glaub ich. Ja, der nächste kommt hinterher. Ich glaub, die sind in meine Mine reingelaufen, über euch. Hm, ja, da ist einer zu euch rüber geflogen, am Fallschirm. Okay. Kommt ihr hinten raus weg? Ich verschritte. Ja, über euch auf dem Dach. Okay. Der nächste ist aber auch gesprungen. Wir kriegen gleich Besuch, Tony. Gleich Besuch, Alter. Ich geh mal hier hin, guck, ob ich einen Schärfschützen gewisse. Ah, die sind da rüber gesprungen? Guck mal, die springen halt rüber. Die kommen alle da hin. Lass die ziehen. Alter, da bin ich doch gerade noch so weggekommen. Jo, chill. Voll auf, schau. Die kommen jetzt hier halt zu uns bestimmt wieder, ne? Ich hab's selbst gehört. Oh, die schießen nicht, ja. Oben vom Berg. Ue, 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 der ist drin. Unten? Ja. Das gibt's doch alles. Der ist der ganze Tag heran. Reise, landen im Einsatzgebiet. Leindruck und Glied steigt mehr, reingutgemacht. Achtung, wir empfangen Signale von feindlichen Ablängsstationen im Gebiet. Finden und die Daten sichern, bevor sie abgeschaltet werden. Also, okay. Draußen ist noch einer. Ja, die kommen jetzt hier bestimmt wieder mit Fallschirm an. Das ist daum. Nein, auf der Treppe. Auf der Treppe. Oh, der hat nix mehr, Alter. Ich hab was abgekriegt. So wirst du nicht abträten. Na, der hat mich totgeboxt. Was haupt draußen, Tobi? Hinter dir an der Tür. Da kommt's. Der kommt an der Tür. Alter, ey. Einer ist auf dem Dach, auf jeden Fall. Super. Die überrennen dich jetzt wahrscheinlich einfach. Sind alle in deinem Haus. Oh, aber er hat einfach das Ding, Junge. Ja, die Raketenwerfer, ne? Ah, ich hab die noch. Die kommen, die kommen, die kommen. Scheiß drauf, scheiß drauf. Der Pest, der beste Mann. Jetzt baller wieder. Baller wieder ins Treppenhaus. Ach, schade. Alter, du hast eben einfach so ein Ding an den Kopf geschossen, der ist umgefallen. Schade. Ja. Ähm. Der Controller ist irgendwie falsch eingestellt. Boah. Boah. Wer, wer, wo? Ich weiß, was er meint. Ach du scheiße. Ich lasse noch einer auf dem Dach. In der linken. Oh, ja auch. Hinter euch. Ok, da hinten auf dem Dach. Auf dem Dach. Boah, Alter. Boah, kostet der Lauf. Decke mich doch am Arsch, ey. Ich hab auch keine Platten. Ich brauch Muni. Hier ist ne Muni-Kiste, ne? Wo, wo, wo? Aber da kommen jetzt die Gegner, Kosta, pass auf. Ja, Mann, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Weg, 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 weg. Wir müssen irgendwie uns anders positionieren. Scheiße, scheiße, scheiße. Uiuiuiuiui. Alter, puuuu. Ganz die Straße voller Gegner. Kann ich noch ne Rauchgranate geben? Oh, cool. Da war einer drinne. Der ist abgehauen, der in den Noten. Schussverkauf aktiv. Treise an der Vorratsstation gesenkt. Malzai. Malzai. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Der stirbt nicht. Ach du Scheiße. Hey. Hey. Wo warst du denn? Hey. Beim Shop. Ah, draußen, draußen, draußen. Alter. Da. Nimm den. Ach. Ah, wir suchen Sohn. Komm her, komm her. Ja. Jawohl. Besser Mann, Junge. Pass auf, links von euch könnte eine Mate sein. Jaja, links. Wiener. 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 Na gut, ich chill da mal was. Was ist ein Schwitzer. Sie kommen rein wie ein Soldat. Und go. Der hat einfach verfolgt, Mann. zum schiff vielleicht ist da noch was ich werde beschossen und die zone kommt und wir sind da oben wir sind alle um die über uns eine drohne gezündet bin ich es ist genug für alle da keine panik es ist jung kennt mich kostet alle anderen haben so wenig gibt mir auch das noch die brauchen sie eh nicht so ungefähr es ist eine box geschissen fühlt sich total beschissen da kommt also ich will hier hoch man kann es ja nicht feindliche drohne feindliche drohne in der luft perfekt ich mache mir die tür auf jungs aber für tunnel ich werde beschossen was warum ich habe den gedauert wo 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 links oder rechts da bei dir ein crew war da doch oder oi 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 o ah der hat sich gehalten der wichser wo ist er wo ist er wo ist er unter der brüche unter der brüche might i know ja ich kann nicht sehen ich kann nicht sehen shut up you mother fucker oh ja ich sehe es ist direkt du wirst du wirst das kann ich du wirst du wirst du wirst es du wirst du Feindliche Drohne aktiv! Wir sind in feindlichem Netzwerk eingedrungen. Ihre Uplinkstationen finden und ihre Daten herunterladen, bevor sie uns aussperren. Feindliche Clustermine eingesetzt! Feindliche Drohne in Einsatzgebiet! Clustermine eingesetzt! Ich wollte gerade auch noch eine schmeißen. Ja wo braucht jemand? Ich würd gern da hoch für meinen Dings. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Ich mach mal hier einen Prezi. Nein! Ach Scheiße. Was hast du gemacht? Wir haben auch noch mal eine Clustermine hier hingesetzt. Jetzt hab ich sogar einen Stack von dir. Oh! Hier bei Nock, siehste? Ich geh mal hoch. Hast du einen, ne? Den Iron Man. Willst Drohne am machen? Feindliche Drohne! Ähm... Ja mach mal. Unser Drohne umkreis das Gebiet! Unser Drohne umkreis das Gebiet! Alter, pass auf, hier ist ne Mine. Neben dem Loadout direkt. Ich höre leider. Ich höre ihn schon wieder. Er ist hier wieder in der Nähe. Ja. Da unten! 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 Ja! Da unten! Ja! Da unten! Ich geh da rein! Ich geh da rein! Ja Mann! Von hinten! Kommt auch welche! Ich geh da rein! die sind auf dem dach, die sind auf dem dach ist nix von mir voll bei vorn scheiße man hier sind überall welche wir zu überleben rechts von dir auf dem berg ist auch noch einer ein springt über dem gebiet ab eine muni kiste wär gut, hat jemand muni? ist da nicht einer in der nähe? die nächste wäre hier ne? ja ich geh dahin ist da nicht so weit achtsam bleiben achtsam bleiben da oben auf dem dach sind wir schärfen ich hab ihn getroffen ich hab einen ich werd dir angeguckt ich werd dir nein ist was tot da oben auf dem dach 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 ich hab ihn zu junge mach die türe zu oder ist stock in der narsch oh mein gott ich will ein bisschen aufregend haben oh 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 ich hab die beide warte 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 ah du nein hinter mir Arschloch Scheiße da oben auf dem dach sind welche die hab ich nicht gesehen Ich höre schon wieder Leute. Ich höre schon wieder. Ich höre schon wieder. Ja, Mann! Wie schwul, Mann! Alter, geht das ab hier? Du bleibst da, ja? Ja, tschüss. Ich glaube, es war hinter uns, da irgendwo. Da sind sie gelandet. Oh, fuck. Ich bin wacker auf jeden Fall. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Geil. Beleb dich schnell wieder, Koste. Ach, kacke, Alter, kacke. Ah, Mann! In dem Moment kam die. Das war machbar echt. Ja, nee. Tunnel, 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 Tunnel. 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 Hunde? Ja, Mann. Tunnel. 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 Tunnel- Tunnel. Tunnel. Tunnel- Tunnel- Ich bin der übelste Staubsauger Was? Maserschlag? Das war gerade griechisch Was hat der gesagt? Die sind über uns Ich hab da mal einen Mörser hingemacht Die sind nicht draußen meint er Koste unser Spitz der Junge Spitz der Junge, Spionage Junge Bist bestimmt über uns, ne? Du kannst ja auch was auf Griechisch sagen, Junge Ah Beleidigend Ah, ich weiß was ich gleich sage, Junge Ich weiß genau was ich jetzt gleich sagen werde Wo sind die Schweine? Junge, wo sind die? Jetzt kommt's, Alter Hat die nicht mehr Ja Wo sind die? Irgendwo hier müssen die sein Da oben am Dach ist was? Vielleicht sind die das Ich mach mal ne Drohne Ja, 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 ja Ja, 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 ja Hey, hast du das gesagt, meinte er zu seinen Kollegen? Hast du das gesagt, meinte er? Malaka 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 Malaka, jemand hat mir das gesagt, meinte er Okay, einer ist runter gesprungen, ich hab den Fallschirm gehört Malaka 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 Upp Zoom Das wars mit Wert, Junge Cool gegabts du auch nur mich Und dann nach auto unsches Oh Gott, hier sind Leute. Ich komme never ever zu meinem Lowdown, die sind so viele. Ach du Scheiße. Vielleicht kann ich was absahnen. Der Feind nähert dich. Der Feind nähert dich. Das geht nicht. Waaay? Über mir sind welche, die wissen, dass ich hier bin. Scheiße. Boah, das sind hier Übergegner. Ich will meinen fucking Lowdown haben, Mann. Oh, ich werde nur beschossen, ey. Hm, ja, mich. Ich habe alles gesehen von oben. Scheiße. Das war's mit meinem Lowdown. Hallo. Hallo, so viele, ey. Dein Druckmitglied ist wieder in Position. Gute Arbeit. Geht's hier nicht hoch, irgendwo? Hochsachen. Ich gehe hierhin, nebendran in das Gebäude. Oh, du magst, ob Tag bleibt. Hier passieren noch mehr ein paar Sachen. Was hast du geraucht, Junge? Bisschen Schore, oder was? Alter, wer nimmt denn hier Mais gesucht an, Junge? Ich. Bester Mann, Junge. Sind das wieder die Griechen? Ne, leider nicht. Der Feind hat dein Netzwerk wieder gesichert. Es ist vorbei. Ja, alles klar. Ich habe was abgekriegt. Ich habe was abgekriegt. Dein Druckmitglied ist gefallen. Scheiße. Da sind wieder die Griechen, oder? Was ist das? Was ist das? Was? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Du bist da. Ich glaube schon, ja. Ich habe was abgekriegt. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, ja. ich bin da ja ja perfekt alter ich hab da zwei da oben ist jetzt der kali nicht ich hab nur einen gesehen und dann auch immer waren drei da aber nebendran auf dem haus waren halt auch noch welche auf dem dach alter sind ja überall hier ach komm mal oh gott rechts von dir war einer low forest probiere hier irgendwie mittig in die zone reinzukommen okay blau da sind welche auf dem dach hier bei dir ich gehe hier ich gehe noch mal für tunnel da sind welche im tunnel drin echt nein ich dachte das wasser drunter ja die haben mich gesehen ach man leute gönnt mir doch wenigstens ein bisschen was keine granaten nicht ich hab 30 schuss was soll ich machen denn dort sind welche naja na klar ja alle kopfgeld ziele ausgeschaltet gut gemacht wo ist die alte zack bravo 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 was der macht das junge unsere ariel bravo 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 ich doch das ist knappe okay du wirst beschossen ja auch ja Mama, ich... ...gach... NAAAHHHHH! Mit dem Bildschirm von Laptop. He! Ah, okay, Laptop ist nur die Maschine. Jaja. Hehehehe. Ist nur das System. Ja, Beach Club, ne? Hö, was jetzt Beach Club? Dahinten ist Maisgesuch markiert. Wo, wo, wo? Ach da! Ja, ja. Ich mach dann. Ja, wer muss noch Season Pass leveln, der nimmt am besten den Auftrag an, Junge. Ich muss. Oder so leveln, oder weiß ich nicht was. Ich bin frei. Ja dann... ...Poster. Ja, ich. Du wurdest als Mais gesucht... ...und er hat mir mit Kontakt. Ich hab nen Ninja-Skin gefangen. Ich find jetzt nur noch so nen Ninja-Skin. 100€, wenn du aus... ...weiter Distanz jemanden jetzt tötest. Einfach über n'n Dach werfen und wenn du dann jemanden tötest, kriegst du... hundert Euro von mir. Hä? Ja. Jetzt hab ich nicht mehr weggeschmissen. Warte. Wo ist denn gleich? Ja und dann treffe ich einen, ja? Das wär krank, Junge. Aber dann hast du dir die hundert Euro halt auch mehr als verdient, ne? Ja, aber dann kann ich halt nicht beweisen, weil ich... hab keine Aufnahme. Na, jawoll, Alter. Was ist mit dir los, Junge? Er stirbt einfach nicht. Wo ist der? Wo ist der? Hier drin? Was ist der mit mir los? Ich treff nix. Er ist runter ins Wasser gesprungen. So. Kann sein, dass er jetzt halt diese Rampe wieder hochkommt. Ich treff einfach nichts. Ja, irgendwo da ist der. Da hinten, siehst du? Das ist der Mann, Junge. Hast du ihn erwischt? Ja, aber... Wir sind in sich. Boah. Im Wasser? Pass auf, was jetzt passiert. Feindliche Konzertrohne aktiv. Hack da? Ja. Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Auftrag abgeschlossen! Äh... Äh... Direkt Aufstieg, Alter! Direkt Aufstieg! Ein Geschenk ist gekommen. Ja, gönne. Gönne, Tobi? Ich habe einen Mörderschlag. Stimmt. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne in der Luft. Der Feind setzt eine Konterdrohne ein. Oh ne, ein Tier. Gehen wir hin, Mörders? Ja, aber auf jeden Fall in die Zone rein. Alter, wir können gleich einen Lodi holen, ne? Voll die Kohle, echt? Für die reichen Kinder hier. Rich Kids. Rich Kids? Für die Rich Kids vom Block. Oh, ich habe, ich habe, äh, wie jemand eine Voice gehört. Ja, ja, da vorne. Ist ja auch was. Ich habe sie angegriffen, ich Idiot. Oh, da fällt einer. Ich Idiot, Alter. Und das werde ich angegriffen. Da ist noch einer in der... Ich bin so dumm, warum habe ich die angegriffen? Ich bin so dumm. Ich bin so dumm, warum habe ich auf die geschossen? 5 Sekunden. Ah, Tobi ist safe, Junge. Boah, da sind Leute auf dem Berg beim Lodi. Echt? Oh, da wollte ich gerade hin. Da wollte ich gerade hin. Puh, wir sind so überall. Ich habe nur eine Pistole. Gracias. Verab. Da geht es gar nicht. Hinter dir, Kostler. Kannst du mich wiederbeleben? Warte. Oh mein Gott. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wieso macht er das nicht? So, weiter. Ah, nee. Ich bin nach vorne gesprungen. Nee. Von wo, Kostler? Wo bist du? Wie geht's ab? Ach, komm hör auf, ey. Ey, da kommt einer rein. Ja, ich bin runter, aber ich renne da jetzt weg. Da ist voll was los da. Ja, eben waren hier zwei rein, deswegen bin ich so ein Stück zu gut. Aber ich kenne mir gar nicht nach. Halt mich oben, Alter. Ich fahr mit dem Jetski mal vor. Willst du mitfahren? Warte. Warte. Alter, was ist das für ein Rückwärtsgang, Junge? Ich bin drüpp. Vielleicht noch einer drüpp. Hör ich seh. Alter, aber wir haben uns auf Tony zurückgelassen, Junge. Na, ich bin oben. Ach so, ja gut, perfekt. Dann komm mal hier hin. Da war einer, auf dem Dach. Hier ist alles gelootet. Aber hier gibt's noch nicht. Ich werd angewiesen. Ja. Feindliche Drohne aktiv. Wer ist ein feindlicher Scharfschüsse? Ich hab keine Platten. Ich hab... Wo bist du? Hier. Oh, ja, 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 gut. Oh, wir werden eingesto... Oh. Hinter dir, Tobi. Okay. Ich bin draußen. Ja, ich weiß. Aber ich hab keinen Sniper. Für mich. Scheiße. Da sind welche auf dem Haus. Vielleicht werden die da jetzt angegriffen von denen. Das wär gut. Ich hab halt immer noch keine Platten. Ich komm nicht an die scheiß Box dran. Der kommt von links, ne? Ich hab einfach auf alles, was ich seh, was mich bewegt. Ah, Sniper da oben. Mach was draus. Da ist einer hinten. Ah. Der ist hier in deinem Klo. Heißt du? Ja. Ich mach mal ne Drohne. Feindliche Drohne aktiv. Okay, sie laufen halt einfach alle mit Geist um. Brauchen wir irgendwas? Ich wüsste jetzt nicht... Klar, du kannst Drohne oder sowas holen. Auf jeden Fall. Der ist nicht Drohne geholt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich morriere. Das hat der hier für ihn. Klar. Ah, aber ich hab keine Drohne. Er hat keine Minitions. Ich weiß nach hinten. Die sind irgendwo hier, ne? Schau die. Guck mal. Oh. Ah, ich hab keine Drohne. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh. Ah, ich hab keine Drohne. Nein, ich schüsse das, was ich. Ich habe nur den Bein genommen. Alter, Alter. Ich denke, es ist nicht endet. Komm ins Klo, komm ins Klo. Da kommt einer ins Klo. Pass auf, von der anderen Seite, ja. Oh, Mann. Ich werde versuchen. Sein Schwitzer. Hey, der passt schon. Der Maske ist scheiße, ey. Hier sind so viele, ich habe so viele Stimmen. Yo, ist hier schon Tú, ihr 넣et etwas Feld nach. Alter ey. Ich war der letzte, Junge. Ja. Ja, ich hab das gar nicht mitbekommen, Alter. Letzte Runde! Oh, oh, oh. Jetzt ist mein Sieg, Alter. so werden wir nicht markiert alle markiert glaube ich oder lukas markiert lukas markieren klingt doch immer noch klar bestatigen sieht gut aus hier landet so ne, guter job lukas guter job das job gai oh zu weit alter und jetzt bin ich im traur oder was alter, das spiel will mich verarschen wir werden beschossen, vom anderen schiff wo war das, vom anderen schiff ne, der sucker vor der alten sniper ich nicht aber ich auch ganz hinten liegt eins ich probier jetzt irgendwie von hinten zu kommen komm, spin nochmal, komm spring, spring aber jetzt springt der nicht mehr so, jetzt sind wir noch da drauf alter, hier im boot sind vier stück drin das muss ein ganzes team sein das ist so gut holen die ja, holen die ja holen die ja dein truppenglied wurde eliminiert aufdrakke scheitert ich hab den gerufen ojo, hinter mir, hinter mir hinter mir ich wollte zurück rennen und da war die kiste im weg alle weg oder was? ich bin wieder dabei ich hab's geschafft, ich will mit dem boot entkommen oh mein gott haha ich hab den der hinter dir war ja echt? ja 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 die zone auch noch, ne? hey, wo häng ich denn hier fest, man? ja 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 märser, was ist denn mit denen los? da muss ich ja.. wir sind ja auch ganz schnell los, Alter hab wir trotzdem nochmalsgesucht, den Auftrage abgeschlafen so nebenbei, weißt du aufsch довольно einer ist noch ich renne drauf hier auf dem dach auf dem dach auf dem werk warte 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 wir sind im container hier hier ist einer mit dem hubschrauber gelandet ich habe keine mehr ich habe jetzt nur die zwei andere schiff andere schiff hinter uns oben am berg man das ist ein gelb junge koste ja ich wollte es wissen das ist ja immer noch auf dem schiff leute das gebiet Sie sind immer noch auf dem Schiff hier. Einer hab ich. Da war noch einer auf dem Schiff. Scheiße, der hat mich. Und noch einer. Ich will den Container schau mal an. Alter, von wo kommen die denn? Einfach komplett eingekesselt von Gegnern oder was? Ich glaub du hast echt viele besiegt ja. Ich würd immer noch gern für meinen Lowdie gehen, das ist es halt. Sind sie alle weg? Weiß ich nicht. Ne, hier in dem Container. Jawoll. Da kommt noch einer von oben wieder. Wo? Ah, da. Irgendwo da gelandet. Am Flugzeug. Am Helikopter. Da ist einer hier runter gegangen. Am Strand. Am Strand läuft einer. Hast du den Tobi? Über uns kommt einer runter. Über uns kommt einer runter auf den Containern. Einen hab ich. Einer ist noch. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab den auf dem Container gedowned. Beste Leben. Da kann noch einer runter. Da landet noch einer. Ja. Auch weg. Ich hab den. Beste Leben. Was wollt ihr noch? Kommt her. Da oben ist einer bei den Ruinen. Auf dem Berg. Was zum Dach, Alter. Ich geh da jetzt hoch. Ich hab den angehittet. Ich hab den angehittet. Feindliche Drohne aktiv. Bereit machen. Das Wiederauferstehungsfenster schließt sich. Ich hab da so viel Munition, ne? Ich weiß nicht, was ich meine Welt hat. Das Gas kommt. Kopfgeldziele aktiv. Schalten sie aus. Ich geh mal hier von meinem Lodi. Gehen wir sein hoch. Ich brauch Muni. Ich glaub da im Haus war einer. Drücke fort. Alter, hier ist doch jemand drin, der Junge. Kann mir jemand gucken? Warte, ich glaub mal rein. Ich bin da. Ich hab einen Nock gegenüber im Haus. Drücke fort. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Oh, okay. Man hört sie. Ey, schmutz angesprochen. Ich hab einen Nock gegenüber im Haus. Drücke fort. Die Sitzung vor hier, ne? Oh, ich werd angeschossen. Hinter uns vom Haus. Wir anwenden. ICH LKT-Stein. Du musst es auch führen. Sie müssen doch nicht rein gehen, das. Die sind da drin, meinst du? Ich höre dir vor. Die sind da drin. 100 pro. Ich guck hier nur grad, wie ich hier hochkomme. Ich hab in jeden Fall geblockt, aber. ja 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 hier sind selbst die was gelöst Da wollte er denn heilen, da hab ich Granate geworfen. Haha. Da sind noch zwei aber. Um die Ecke hier rechts, Tobi. Ne. Ich hänge mal. Scheiße. Ah, nein. Schade. Aber trotzdem irgendwie ne.